Und jetzt kommen wir zur Vorstellung und zur Überleitung. Wir haben ja der Susanne gesagt, das gefällt mir, weil wir selbst gerne grillen und jetzt kommt die Überleitung. Das fällt vielen so schwierig und jetzt soll ich von der Einleitung überleiten, ich möchte ja was anbieten und wir haben gesagt, es ist wichtig schnell zu fragen und nicht irgendwie Vertrauen künstlich aufzubauen. Das geht ganz, ganz einfach, indem ich sage, ich selbst bin. Das heißt, du sagst dann, ich selbst bin und dann setzt du einen interessanten, nutzbringenden Beruf ein. Bitte nicht, ich selbst bin Network-Marketing-Profi, ich selbst bin Life-Changer, ich selbst bin Abnehme-Experte. Nein, setz etwas ein, was wirklich interessant und nutzbringend ist. Was meine ich damit? Nutzbringend in unserer Gesellschaft sind zum Beispiel Krankenschwester, Krankenschwester und Polizisten etc. Aber wenn du sagst, ich selbst bin Polizist, ich selbst bin Krankenschwester, dann ist es noch schwierig für die Person, ja, okay, du bist Krankenschwester, aber was bringt mir das, außer wenn ich jetzt krank bin? Das heißt, hier setze etwas ein, wo du sagst, es passt zu dir. Ich möchte bewusst hier nichts vorgeben, weil ich dann oft mitbekommen habe, dass die Leute genau das nehmen. Überleg dir etwas, was zu dir passt. Damals bei mir habe ich gesagt, ich selbst bin Facebook-Marketing-Trainer, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und habe das einfach gesagt. Also ich selbst bin ist die Überleitung. Du kannst jetzt noch optional, würde ich am Anfang nicht tun, könntest du noch sagen, ich zeige Menschen das und das. Also wenn jemand nicht weiß, was ist ein Facebook-Marketing-Trainer, ich zeige Menschen, wie sie Kunden gewinnen, ohne Werbung zu machen. Musst du nicht sagen, kannst du aber. Aber wichtig ist in der Überleitung einfach, ich selbst bin eine interessante, nutzbringende, für den anderen nutzbringende Tätigkeit. Also überleg dir das jetzt und das ist eigentlich der schwierigste Part in der ganzen Sprachnachricht, weil du jetzt dir denkst, du hast nur dieses Multi-Level-Marketing, den Life-Changer und so weiter im Kopf. Aber schau mal in deinem Herzen, was bist du wirklich? Zum Beispiel Motivationsexperte und dabei ist wichtig, du musst nur einen Schritt weiter sein als die Menschen, die sich das anschauen. Du musst nicht ein Experte sein, der jetzt im TV ist oder 500 Millionen YouTube-Abonnenten hat, sondern ich selbst bin interessanter, nutzbringender Beruf. Lass uns das bis hierher zusammenfassen. Hallo Susanne, danke, dass du meine Freundschaftsanfrage bestätigt hast. Ich habe gesehen, dass du gerne grillst, dritte, vierte Posting. Das gefällt mir, weil ich selbst bin das und das und jetzt machen wir gleich weiter.